Hallo und herzlich willkommen wieder zu Rocket League mit dem Chris. Hallo. War ein echt guter Start. Oh, es kommt mal wieder ein Video. Ja, jetzt werden wir wieder häufiger. Let's go! Ey, was verlassen wir jetzt schon wieder? 2 vs. 2 ranked. Wir haben schon länger nicht mehr gespielt, also verlasst euch nicht drauf, dass wir hier gut sind. Oh, jetzt aber rein damit! Ja, stimmt, wir hätten eigentlich ruhig erstmal ein Spiel vorher machen können. Eigentlich nicht. Oh, schönes Outplay, aber leider nah neben. Mann. Vorhin hat noch meinen Controller vollen Abgang gemacht. Dachte ich, die eine Tasse wäre zum Blockieren, zum Gas geben, ob er wieder alles repariert. Ja, jetzt kannst du Dauer voll Gas geben, oder? Ja, das hättest du auch sogar gemacht. Das war voll daneben gesprungen. Oh, shit. Eieieiei. Das habe ich drauf, wenn du da vorbeigeflogen bist. Das hast du rein editiert, oder? Ja, klar. Also bin ich vorbeigeflogen. Ich hab' getroffen. Ach. Alter. Das Taubus ist auch zu treffen. Da war ich zu schnell gewesen, oder? Da war ich zu schnell gewesen. Da war ich denn ernst? Da war ich zu schnell gewesen. Loll. Da war ich einfach zu schnell. Passiert. Ach, als ob. Als ob sie den gehalten haben. Nein, und gegen Tour. Das war. Das war schön hochgedruckt. Den hätte ich sonst gehabt. Ja, ich hätte keine Nuss. Hätte ich vielleicht nochmal springen können. So, jetzt können wir uns langsam ein bisschen anstrengen. Oh, lol. Der ist mit Absicht vorbei gefahren. Oh. Du auch, oder? Ja, ja. Das war der Plan. Nix geht's. Die lupft so viel. Ja. Ach, ey. Zocken wir ja schon zu wenig Rocket League in der letzten Zeit. Ja, wegen welchem Spiel im Rocket Pass ist das Level 37 oder so? Äh, weiß ich's gerade nicht. Schon wieder? Ja klar, die lupfen immer. Ja, irgendwann unterschaut man's halt. Ab und zu kann man's ja schon mal machen, aber die ganze Zeit nur. Ja, das haben die beim Dings gemacht. Bei diesem Dreamhack-Kram, da haben auch Banshee-Teams halt viel gelupft. Also halt beim letzten Mal war's glaube ich gewesen. Ich weiß mich nicht ganz täuscht. Oh! So, jetzt darf man langsam einen Anschluss-Treffer schießen. Arbeit mit dran. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das kommt nicht gut. Okay. Ach, ey. noch mal junge wo man sich in die luft geflogen und nicht in die luft fliegen von der junge arbeit er dran ok genau da kommt mir die meter von mir noch mal dran achtung zu schnell naja scheiße wischend alles verlernte ja ich glaube es auch Das ist ja schön klappt halt noch. Alter, wo spielst du hin? Ich hab mich nicht erwischt, ich bin zu früh losgesprungen. Och mein Oho. Eiskalt ist 2-0 geil. Haben wir wieder toll gemacht. Alles verlernt hier einfach, so wird die Folge heißen. Ich weiß jetzt schon. Ach quatsch. Latin 3 Liga 2. Wollen wir nicht mehr mit dem Diamant? Ja. Ich glaube auch daran, weil wir echt nicht viel gespielt haben in letzter Zeit. Kommen wir mal kurz gucken. In letzter Zeit, in den letzten zwei Wochen nur 88 Minuten gespielt. Rechts. Ach so, Leute. So, jetzt aber. Immer eingespielt. Muss es gehen. Jo, was machst du? Ja, ich war gerade am Abheben, dass ich ein Tor schießen kann. Du hast mich abgehoben. Oh, so eine schöne Franke, Alter. So geht das, schau. Ja, aber. Hättest du ja vorhin auch machen können, theoretisch. Jo. So. Schön durchgesetzt, eiskalt, verwandelt. Nix da. Da, fahr mal. Da, fahr mal. Ja. Der war ein bisschen zu lasch. Ja, der ist verhungert. Der hätt so eine Schelle mit Brut dran hängen müssen. Och. Da kommst du genommen? Ich brauche Nuss, sie, Nuss, sie, Nuss. Jo, am 100er vorbei kann ich dip. Ja, du wolltest doch Nuss haben. Also warum fährst du am 100er vorbei? Das kann ich immer noch gut. Jo, und vorbeifahren. Mit Vollgas und Verbreitung gescheppert. Ja, so wie immer. Nee. Halb Platz im Spieler. Ja, Vortage. Wollitsch. Schade. Du musst der Ball abspringen. Keine Lust. Boah, gib den zurück, Alter. Da. Jawoll. Was ne Verrate, Junge. Ohne den Pass wäre so das nix, ey. Zack. Na die haben sie jetzt selber ausgeschalten. Man hört deinen Stuhl. Mir doch egal. Ich hab mich auch grad nach hinten geliehen und hab das getrunken. Ach so. Ich dachte, das wären so deine Knochen halt. Ja, genau. Oh genau, kick mich halt. WAT MACHST DU? Fucking Plattenspieler. Wir können halt nichts, ey. InsertENE vonciteln. Alja. Uiiiiiih. We Porque. Ich weiß auch nicht, aber den Typen. Und ich weiß nicht, die sind geworden, aber wir haben besser gerettet. Alter. Na das Aufstehen ist der so net gameplayangstelle. vorne jetzt erhalten könnte wie denn ich war auf der anderen seite ich muss dann unser tor ist auf der anderen seite vorbei musste ja noch erst zurückfahren schönes ding das sind richtige schöne daimler ihr wisst genauso platin 3 liga 2 also dass also das unter mich gespielt und dann wäre es schon wieder unten vielleicht weiter oben sonst würdest du ja rummeckern dass ich ja diamond bin und nicht du da könnte ich nix da drin jetzt läuft es jawohl ach fach ist das Schade. Oh, den hab ich jetzt nicht gerechnet. Weg damit. Ach, Loll. Ja. Wo hast du? Ich war gerade wieder auf Rückweg, weil damit hab ich nicht gerechnet. Schönes Ding. Danke! Ich konnte einfach nicht anders, Junge. Okay, kann ja auch schon anders. Oh, komm. Ich wollte eigentlich über dich drüber springen. Ja, ja. Ja, ohne Scheiß, ich wollte über dich drüber springen, weil du im Ball klauen. Jetzt verlieren wir noch. Oh, wenn ist das deine Schuld. Ja, ne, einer muss schon wieder ausgeschlagen. Was für ne Vorlage, Junge. Oh. Ja, für ihn. Oh, ich wollte den halten. Nix. Jawoll. Ragequid. Wenn es euch gefallen hat, lasst die Vorsitzende da. Wir würden uns ein Abo freuen und haut rein, bis dann. Ciao, ciao.